Hi! Weißt du, welche Hunderassen in mehreren Ländern der Welt wegen ihrer unkontrollierbaren Aggressivität verboten sind? Und warum Chihuahuas keine harmlosen Taschenhunde sind? Nun ist es an der Zeit, einen Blick auf die verrücktesten und gefährlichsten Hundearten zu werfen, die der Mensch im Laufe jahrhundertelanger Züchtung erschaffen hat. Los geht's! Die Hauptaufgabe dieses riesigen Hundes ist das Hüten, er ist aber auch ein ausgezeichneter Wachhund. Schon ein Foto von ihm am Zaun ist bereits ein wirksamer Schutz vor Dieben. Obwohl er riesig ist, kann man ihn nicht als ungeschickt bezeichnen. Er hat perfekte Körperproportionen. Kangals sind Wachhunde und zeichnen sich durch eine unglaubliche Wachsamkeit aus und zeigen offen ihr Misstrauen gegenüber Menschen und anderen Tieren. Wenn so ein Tier von seinem Besitzer unbeaufsichtigt gelassen wird, wird es richtig gefährlich. Dieser Bursche scheint völlig wild zu sein. Gut, dass diese Burschen nicht auf zwei Beinen laufen. Aber keine Sorge, dieser Große will nur seine Liebe zeigen. Normalerweise sind sie um die 88 Zentimeter groß. Dieser Bursche ist aber ein echter Rekordbrecher. Nicht umsonst werden Kangals als türkische Löwen bezeichnet. Bei diesen Aufnahmen wird klar, warum. Wenn du einen echten Bodyguard haben möchtest, dann sieh dir diese Maschine an. Das ist eine argentinische Dogge. Es mag nicht der größte Hund sein, doch seine vielen Vorteile machen seine geringe Größe wieder wett. Dieser aus Kampfhunden gezüchtete Hund hat eine angeborene Fähigkeit, andere zu beschützen und sich selbst zu verteidigen. Diese Hunde sind nicht nur stark, sie sind auch noch unglaublich intelligent. Ihre flexible Intelligenz ermöglicht es ihnen, sich schnell an die jeweilige Situation anzupassen, was sie zu unverzichtbaren Diensthunden macht. Die Kraft ihrer Kiefer lässt jeden Eindringling zweimal überlegen, ehe er seine Nase in das Haus steckt, in dem dieser gute Junge lebt. Und das furchteinflößende Bellen jagt selbst dem dreistesten Eindringling einen Schauer über den Rücken. Außerdem verfügen Dogo Argentino über eine unglaubliche Agilität, die ihren Gegnern nur wenig Chancen auf Erfolg lässt. Natürlich muss der Besitzer in der Lage sein, diese unglaubliche Kraft zu kontrollieren und viel Zeit in die Ausbildung des Hundes investieren, damit er nicht übermäßig aggressiv wird. Diese Rasse ist also definitiv nichts für Anfänger. In den Händen eines unerfahrenen Besitzers kann so ein Hund zu einer echten Gefahr werden. Schließlich haben diese kräftigen Burschen eine Menge Mut. Guck dir nur an, wie dieser Hund versucht, mit einem riesigen Alabaiz zu kämpfen. Es ist schwer zu glauben, dass dieser wollige Riese aus Wölfen gezüchtet wurde. Schließlich sieht er eher wie der König der Tiere aus. Das ist die Tibet-Dogge, ein echter Löwe unter den Hunden. Trotz seiner beeindruckenden Größe haben diese Giganten einen sanften und gutmütigen Charakter. Das gilt jedoch nur für diejenigen, die es nicht wagen, die Grenzen des von ihnen bewachten Gebiets zu überschreiten. Das Bellen der Tibet-Dogge ist so laut, dass es jeden Eindringling in Angst und Schrecken versetzt. Wenn du dich für solch einen Hund entscheiden solltest, dann wirst du dazu auch noch einen persönlichen Hundefriseur brauchen. Selbst wenn er aggressiv wird, hat dieser große Hund trotzdem einen erstaunlichen Charme. Wer ihn unterschätzt, wird es definitiv bereuen. Erinnert er dich an jemanden? Wenn du dachtest, es sei ein gewöhnlicher Wolf, hast du dich getäuscht. Dabei handelt es sich um einen Wolfshund, einen faszinierenden Mischling aus einem Wolf und einem deutschen Schäferhund. Diese Hunde leben an der Grenze zwischen zwei Welten und nehmen das Beste aus beiden. Wolfshunde haben schärfere Instinkte, eine höhere Intelligenz und eine größere Ausdauer als gewöhnliche Hunde. Nachts macht ihr Heulen aber bestimmt die Nachbarn sauer. Das Durchsetzungsvermögen dieses Hundes ist wirklich wölfisch. So dass er viele Diensthunde leicht in den Schatten stellen kann. Gleichzeitig sind sie genauso wie Hunde loyal ihren Besitzern gegenüber und genauso lieb. Hauptsache man vergisst seinen Gästen nicht mitzuteilen, dass es sich doch noch um einen Hund handelt. Wolfshunde lieben es übrigens fotografiert zu werden. Guck dir nur sein Lächeln an. Diese Hunderasse hast du in dieser Auswahl sicher nicht erwartet. Ja, Chihuahuas. Dieses Nervenbündel lässt sich viel leichter verärgern als ein Pitbull. Wenn sie wütend sind, sehen sie überhaupt nicht wie kleine Engel aus, sondern eher wie Dämonen aus der Unterwelt. Trotz ihrer bescheidenen Größe sind Chihuahuas echte Tyrannen, die sogar einen Bären beißen können und dabei wie Kobolde aussehen. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, sind diese mexikanischen Amigos ziemlich temperamentvoll. In die Hand des Herrchens zu beißen und dann an seinem Gesicht zu lecken? Ja, das ist definitiv ihr Stil. Die Verwandlung eines liebenswerten Burschen in einen Bösewicht, der davon träumt, die Welt zu zerstören, dauert nur einen Augenblick. Ein Hund voller Widersprüche. Was glaubst du, über wen wir gleich sprechen werden? Über diesen schwarzen Rottweiler natürlich. Diese Rasse ist bekannt für ihr wildes, dominantes Temperament. Guckt ihr nur an, wie diese Alphamännchen miteinander kommunizieren. Eine regelrechte Parade an Stärke und Selbstvertrauen. Doch trotz ihres furchterregenden Images können diese Burschen sowohl großartige Beschützer als auch treue Haustiere sein. Allerdings muss man zugeben, dass sie selbst beim Spielen ziemlich einschüchternd aussehen können. Und wenn Rottweiler aufhören, herumzualbern und anfangen, sich ernsthaft zu verhalten, möchte man am liebsten weglaufen. Doch Gerüchte über ihre Aggressivität sind stark übertrieben. Natürlich können sie gefährlich sein. Aber wenn sie richtig ausgebildet wurden, werden diese Hunde niemanden etwas antun. Ungebetenen Gästen zeigen sie aber gerne, was für einen geraden Biss sie haben. Es ist nicht schwer, einen Rottweiler zu erschrecken, was man allerdings nicht sagen kann, wenn man vor ihm wegläuft. Wirf einen Blick auf diese bezaubernde Karne-Korso-Familie. Niedlich, nicht wahr? Seinem Vater möchte man allerdings nicht von Angesicht zu Angesicht begegnen. Wegen seinem kurzen Fell kann man seine beeindruckende Muskulatur gut sehen, die ihm ein lustiges und gleichzeitig bedrohliches Aussehen verleiht. Nicht umsonst sind sie die Nachfahren römischer Gladiatorenhunde. In diesen kräftigen, gut aussehenden Burschen stecken 50 Kilo Kraft und Loyalität. Diese Burschen sind eigensinnig und können ihr Herrchen durchaus dazu bringen, ein paar zusätzliche Minuten Gassi zu gehen. Wer würde es wagen, solch einem Burschen zu widersprechen? Sie lieben aktive Spiele und Zeit im Freien zu verbringen. Und obwohl sie ziemlich machthungrig sind, reagieren Karne-Korsos, wenn die Bindung zu ihren Besitzern stark ist, sofort auf Befehle. An ihrer Fähigkeit, das eigene Revier zu verteidigen, gibt es keinen Zweifel. Diese Hunde sind bereit, selbst stärkere Gegner herauszufordern. Dabei handelt es sich um eine kanarische Dogge, der in seinem Heimatland als Praesa Canario bekannt ist. Ursprünglich wurde diese Rasse zur Bewachung und zum Zusammentreiben des Viehs eingesetzt. Später erlangte sie in Spanien große Popularität bei Hundekämpfen. In einigen Ländern gilt er als gefährlich, weshalb er in Australien, Malaysia und Neuseeland nicht importiert werden darf. Wenn diese Burschen aber irgendwo hinkommen wollen, werden sie garantiert einen Weg finden. Guck dir das nur an. Selbst wenn mir der Besitzer versichert, dass sein Hund nicht beißt, würde ich vorsichtshalber einen angemessenen Abstand zu solch einem Hund einhalten. Denn das furchterregende Aussehen dieses Hundes entspricht voll und ganz seinem Charakter. Und wenn jemand beschließt, in das von ihm bewachte Gebiet einzudringen, wird er sofort eingreifen. Und man muss zugeben, dass es leicht ist, selbstbewusst zu sein, wenn man so furchteinflößend aussieht. Guck dir nur diesen kuscheligen Burschen an. Wie könnte man mit ihm nicht kuscheln wollen? So liebevoll und harmlos werden kaukasische Schäferhunde aber nur mit der richtigen Ausbildung. Diese Hunde sind nicht nur ausgezeichnete Schäferhunde, sondern auch gute Wachhunde, die mit unerschrockener Entschlossenheit die Umgebung bewachen. Die Verteidigung liegt ihnen im Blut und sie sind immer auf der Hut. Nicht jeder wagt sich in das Gebiet dieses furchteinflößenden Wächters. Ein Blick auf die Wut, mit der er angreift, genügt, um zu verstehen, warum. Die Erziehung eines kaukasischen Schäferhundes ist keine leichte Aufgabe. Diese mächtigen Tiere werden erst im Alter von zwei Jahren intelligent und erkennen ihr Herrchen nicht sofort als Anführer an. Und genau dieser Eigensinn macht sie so gefährlich, ganz zu schweigen von ihrer Größe. Man sagt übrigens, dass ein Hund glücklich ist, wenn er mit dem Schwanz wedelt. Diese Kreatur mit einem Schredder anstelle des Mauls ist die amerikanische Bulldogge. Hier ist eine niedlichere Version von ihm. Aber lass dich nicht von seinem Aussehen täuschen. Diese aktiven Hunde brauchen viel Platz für ihre unermüdlichen Spiele. Die amerikanische Bulldogge ist die größte aller Bulldoggen. Muskulös, wohlproportioniert und immer einsatzbereit. Seinen kriegerischen Charakter sollte man allerdings nicht vergessen. Wenn es darum geht, sein Revier zu verteidigen, wird dieser Hund zu einem echten Beschützer. Dobermänner sind wahre Alleskönner. Sie können gleichzeitig treue Freunde und furchtlose Beschützer sein. Mit ihrem aristokratischen Aussehen und ihrer ausgeprägten Intelligenz verstehen diese Hunde instinktiv, was richtig und was falsch ist. Experten bezeichnen ihre Intelligenz oft als fast menschenähnlich. Dobermänner lernen schnell und vergessen nie, was sie gelernt haben. Der Charakter dieser Rasse kann mit einem Wort beschrieben werden. Wachsamkeit. Der Dobermann ist ein Wachhund der Spitzenklasse. Dank ihrer hochentwickelten Intelligenz nehmen Dobermänner alles um sich herum als ihr Eigentum wahr. Haus, Auto, Besitzer. Deshalb sind sie so eifrig bei der Verteidigung ihres Reviers und ihrer geliebten Menschen. Kein Wunder, dass diese Hunde zu den 20 beliebtesten Rassen der Welt gehören. Nur wenige Hunderassen sind so umstritten wie Pitbulls. Es scheint, als bestünde diese Kreatur zu 100% aus Aggression und in einigen Ländern sind sie sogar zur Zucht verboten. Der Ruf dieser Hunde beruht jedoch häufig auf Mythen. Aggressionen bei Pitbulls sind in der Regel die Folge von schlechter Erziehung, Missbrauch oder psychischen Problemen. In den Händen eines fürsorglichen und verantwortungsvollen Besitzers können sie liebevolle und treue Begleiter sein. Aber auch bei richtigen Trainingen bleibt der Pitbull ein starker und entschlossener Verteidiger. Seine Wildheit und Ausdauer machen ihn zu einem ernsthaften Gegner für jeden Einbrecher. Ein Blick des Pitbulls kann jeden Dieb zum Nachdenken bringen und auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Kraft sind sie zu wirklich beeindruckenden Dingen fähig. Diese Rasse wird Bulli Kutter genannt. Auf den ersten Blick sehr ruhige und kluge Hunde. In Wirklichkeit machen sie aber nur bei guter Erziehung solch einen Eindruck. Ihre Zucht wurde nämlich nach dem Prinzip je größer und gemeiner, desto besser durchgeführt. Bulli Kutters sind das Ergebnis der Vermischung von pakistanischen Mischlingen und englischen Bulldoggen und werden häufig als sehr gefährliche Hunde eingestuft. Früher wurden sie gezüchtet, um an brutalen Hundekämpfen teilzunehmen, sodass die Loyalität zum Menschen nicht so fest in ihren Genen verankert ist. Mit einer guten Ausbildung und einem erfahrenen Hundeführer kann dieser beeindruckende Hund jedoch zu einem zuverlässigen Beschützer und treuen Wächter der häuslichen Ordnung werden. Die Kade-Buh sehen angsteinflößend aus, doch der Schein trügt. Die Rasse wird nicht nur für ihre hervorragenden körperlichen Fähigkeiten geschätzt, sondern auch für ihren treuen, freundlichen Charakter. Obwohl sie ursprünglich als Kampfhunde eingesetzt wurden, die an der Seite von Stierkämpfern gegen Stiere kämpften. Kade-Buh bedeutet Stierhund. An Kampfbereitschaft mangelt es ihnen sicher nicht. Und weil diese Hunde so viel Energie haben, wird man mit ihnen viel Gassi gehen müssen. Mit einem Kade-Buh an der Leine braucht man an nächtlichen Spaziergängen keine Angst zu haben. Kade-Buh haben übrigens ein gutes Gedächtnis. Die Gesichter von Dieben werden sie sich also gut merken können. Dieser Champion ist die lebendige Verkörperung eines gutmütigen Riesen. Das ist der englische Mastiff. Diese Hunde sind der Inbegriff von Ruhe und Vertrauen. Ihre beeindruckende Größe und Kraft harmonieren mit einem stabilen Charakter, der sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Trotz ihres sanften Temperaments sind Mastiffs großartige Wachhunde. Jeder von ihnen hat unglaubliche Kraft und unzerbrechlichen Mut. Englische Mastiffs sind auch sehr liebevoll. Ein großer Hund benötigt viel Aufmerksamkeit. Aber lass dich von seinem niedlichen Aussehen nicht täuschen. Sollte etwas das Haus oder den Besitzer bedrohen, wird dieser Gentleman zu einem zuverlässigen Verteidiger, der niemanden in Schwierigkeiten lässt. Der American Staffordshire Terrier ist ein echter Ritter ohne Angst und Vorwürfe. Das ist ein sehr starker, intelligenter und treuer Hund. Diese Hunde sind immer bereit, sich zu bewegen, da sie unglaublich viel Energie haben. Ihre körperliche Form und Kraft lassen die Staffordshire wie einen Sportler aussehen, der jeder Herausforderung gewachsen ist. Die connersten Körpers sind in der zweiten Hunde. Und stahlharte Nerven. Weiters lässt er sich nur schwer aus der Ruhe bringen. Darüber hinaus sind diese Burschen in der Lage, auf eine unterbewusste Art und Weise Gefahren wahrzunehmen, was sie zu hervorragenden Verteidigern macht. Dieser Hund, der einem riesigen Dalmatiner ähnelt, hat die Gene einer legendären Rasse in sich. Der deutschen Dogge. Ein intelligenter Riese. Ich bin mir sicher, dass du diese Rasse bereits kennst. Schließlich ist Scooby-Doo auch eine deutsche Dogge. Diese Hunde sind so groß, dass sie sogar einen Weltrekord in Größe aufgestellt haben. Der Hund namens Zeus war am Widerriss 111 cm groß. Normalerweise sind deutsche Doggen gelassen und können trotz ihrer Größe fast unbemerkt sein. Aber dieser hier scheint noch nicht vollständig erzogen zu sein. Obwohl sie wie reinrassige Aristokraten aussehen, sollten sie nicht als Wachhunde unterschätzt werden. Sie haben nicht nur blaues, sondern auch Wolfsblut in ihren Adern. Wenn du einen Hund brauchst, der nicht nur mit dir spazieren geht, dann solltest du dir einen Allerbei zulegen. Dieser Hund ist ein wahrer Bewahrer alter Traditionen. Von den alten Hirtenhunden Zentralasiens hat er erstaunliche Ausdauer geerbt und von den Kampfhunden Mesopotamiens die Furchtlosigkeit. Und die Größe? Die haben sie wohl von den Dinosauriern. Der Allerbei ist eine der ältesten Rassen, die fast unverändert geblieben ist. Er hat die Kraft eines furchtlosen Verteidigers im Blut und er weiß es. Bei dieser Größe ist es nicht verwunderlich, dass sie immer so selbstbewusst sind. Seine Stärke beschränkt sich jedoch nicht nur auf seine eindrucksvolle Erscheinung. Der Allerbei ist einer der stärksten Hunde der Welt und das sind nicht nur Worte. Huskys sind nicht nur niedliche Schreihälse, sondern auch aufmerksame Wächter ihrer Besitzer. Das ist eine der ältesten Rassen, die den Menschen durch viele Bewährungsproben begleitet und ihm jahrhundertelang treue Dienste erwiesen hat. Das Wolfsgrinsen macht den Husky unglaublich furchteinflößend. Die Ausdauer dieser Hunde ist bewundernswert. Schließlich handelt es sich um Schlittenhunde. Huskys lieben lange Spaziergänge und mehrtägige Fahrten, bei denen sie ihre beste Eigenschaften unter Beweis stellen können. Darüber hinaus sind Huskys wahre Vorbilder für hündische Intelligenz. Diese Rasse eignet sich hervorragend zur Aufrechterhaltung von Ordnung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Englische Jäger schufen Bullmastiffs, um die Landbesitzer vor Wilderern zu schützen. Der Ordnungsdrang dieses Muskelprotzes lässt mit bloßem Auge erkennen. Das ist ein kräftiger, wendiger Hund, der schnell kurze Strecken zurücklegen und einen Eindringling zu Boden bringen kann. Solltest du mit ihm in einer Wohnung leben, dann braucht er unbedingt sein eigenes Zimmer oder die ganze Wohnung. Außerdem haben sie eine recht kraftvolle Stimme, weshalb Doggen sie nur sehr selten einsetzen, aber immer zurecht. Diese Rasse hat einen langen Lebenslauf. Die Vorfahren des Neapolitanischen Mastiffs dienten den Römern in der Arena, nahmen an Feldzügen teil, arbeiteten bei der Polizei und bewachten Häuser. Dieser zottelige Riese ist in der Lage, den Feind allein durch sein furchterregendes Aussehen zu erschrecken. Aber wenn das nicht ausreicht, setzt er seine ganze Kraft ein. Der massive und majestätische Körperbau des Neapolitanischen Mastiffs unterstreicht seine Kraft und Bedeutung auf die bestmögliche Weise. Nach dem Selbstvertrauen und der Würde dieses Hundes zu urteilen, trägt er die Erinnerungen an seine antiken Vorfahren in sich, die das Heer von Alexander dem Großen auf seinen Feldzügen begleiteten. Dabei handelt es sich um eine relativ junge Hunderasse, die erst in diesem Jahrhundert offiziell anerkannt wurde. Der amerikanische Akita ist bereits für seine hervorragenden Bewachungseigenschaften bekannt. Guck dir nur an, wie dieser Nachkomme japanischer Hunde mit Würde die Ehre seiner Abstammung aufrechterhält. Wie ihre japanischen Brüder neigen auch diese Hunde dazu, wahllos nur einem Herrchen oder Frauchen treu zu sein. Hachiko ist also alles andere als einzigartig. Amerikanische Akitas sind nicht nur für ihre Treue, sondern auch für ihre ausgeglichene Psyche bekannt. Sie zeigen nur dann Aggressionen, wenn sie sich wirklich bedroht fühlen. Um Besitzer solch eines mächtigen Tieres zu werden, muss man nicht nur große Kraft besitzen, sondern auch einen eisernen Willen, es im richtigen Moment unter Kontrolle zu halten. Guck dir nur an, was diese Hunde für plötzliche Wutausbrüche haben. Diese hier hatten Glück. Ihre Besitzer sind bereit, sofort zu reagieren und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Darf ich vorstellen, der Tosa Inu oder wie er noch genannt wird, der japanische Mastiff. Diese Kampfhunde aus dem Land, der aufgehenden Sonne, bergen viele Geheimnisse über ihre alte Abstammung. Es heißt, dass die Geheimnisse dieser Rasse in ihrer Heimat nur mündlich von einem professionellen Züchter zum anderen übermittelt werden. Diese schönen Burschen beeindrucken nicht nur mit ihren kämpferischen Fähigkeiten und ihrem muskulösen Körperbau. Sie lieben es auch, zu dominieren und auf eigene Faust zu handeln, ohne auf die Befehle ihres Herrchens zu warten. Obwohl sie sich gut mit anderen Tieren vertragen, dulden sie keine Artgenossen um sich herum. Trotz ihres schwierigen Charakters sind Tosa Inu ausgezeichnete Wachhunde, die sich unermüdlich um die Sicherheit ihres Herrn kümmern, panische Dogge aufzunehmen und eine so starke Kraft zu zähmen. Deutsche Boxer haben sich längst als exzellente Schutzhunde etabliert. Nicht umsonst haben ihre Vorfahren sogar auf Schlachtfeldern gekämpft. Zum Glück testen sie ihre Kräfte eher gegeneinander als gegen ihre Umgebung. Ihre Kraft, ihre hohe Intelligenz und ihre Freundlichkeit haben Boxer zu idealen Partnern für die Strafverfolgungsbehörden gemacht. Ihren Namen haben sie übrigens nicht umsonst erhalten. Nein, sie nehmen nicht an Boxkämpfen teil. Beim Spielen fuchteln diese Hunde jedoch mit den Pfoten in der Luft wie ein Boxer im Ring. Wenn die Boxer jedoch nicht in Spiellaune sind, verwandeln sich ihre Schläge in ein Zähneklappern direkt vor dem Gesicht des Gegners. Dieser friedliebende Riese ist ein irischer Wolfshund. In seinem Heimatland hat er den Status einer nationalen Rasse. Wie der Name schon sagt, wurde die Rasse gezüchtet, um Wölfe zu bekämpfen. Daher verfügt er auch noch heute über Jagdinstinkte, die gelegentlich zum Vorschein kommen. Interessant, was diese Frau in seinem Haus macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017